So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es geht weiter. Wie versprochen, das letzte Mal vermochte ich nicht mehr. Also da war ich schon zu müde und zu krank und da dachte ich, egal, das machen wir das nächste Mal. Weil ich jetzt nämlich, ja eben, wir haben kein Holz, jetzt machen wir es anders. Wir machen mehr Nahrung, weil wir vor allem Nahrung brauchen. Weil die uns schnell weg ausgeht. Nein, du solltest nicht erfolgen, genau. Wo haben wir sonst noch Nahrung? Macht mal. Ja, ihr greift an, ich weiss, es ist mir so egal, ich mache es platt in der Welt. Sobald ich hier fertig bin, mit Umstrukturieren, habt ihr einfach eine grobe Probleme. Ja, ihr greift an, du kommst mir nicht da drauf. Also, was habt ihr für ein Problem, ha? Enlauch. Ja, okay, wir sind jetzt auch tot. Wunderbar, beziehungsweise, naja, egal. Weil, also du musst jetzt hier landen, du solltest den Jungen hier rauslassen. Okay, weil jetzt machen wir es anders. Und der Kleine schickt ja ständig dann Menschen, die Nahrung holen und Gold holen und so weiter und so fort. Äh, das ist recht blöd, weil er dann immer noch weitere Truppen bauen kann, eben, er hat da noch ein Tempel und so. Und wahrscheinlich sonst noch, ja genau, genau, genau das meine ich. Also, er kann Truppen bauen und deswegen will ich jetzt einfach da vorne ein Mikdol bauen und da vorne eine Armee nachbauen. Und ihr werdet euch bitte, okay? Ach, Fisch. Ach, ihr seid uncool. Ihr empfangt unsere Jungs. Oh crap, oh crap, oh crap, du musstest überleben, du musstest überleben, du musstest... Nein, verdammt. Das war nicht fair. Das tut dir noch leid. Du Sau. Das war ein Bauarbeiter rumgebracht. Das tut dir noch sowas von leid. Was, die sind schon top? Gott. Ich bin ja besser. Okay. Mensch, Mensch, ja super. In dem Fall, ähm, machen wir was anderes. Pop, 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 schneller, schneller, schneller. Ich will heute noch fertig werden. Ich habe keine Lust, da noch nächste 10.000 Jahre dran zu hocken. Ja, das ist gut. Du kannst hier noch nach da hinten kommen. Ja, super. Und das burnt wie geschmiert. Aber es schwimmt da ab. Come on. Okay, in dem Fall schwimmst du jetzt da hinten. Da nach hinten. Los, 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 los. Give rubber. Ihr könnt euch alle wehren. Beziehungsweise, ihr macht es jetzt auch, bitte. Ja, genau das macht ihr. Ihr habt es begriffen. Wunderbar. Macht sie platt. Danke. Sehr freundlich von euch. Kommst du uns bitte an? Überlebst du es bitte? Das war mega cool. Ihr, 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 ihr. Yay. Ihr kennt sich auch in das Wort. Hä? Oh mein Gott. Sicher brauchbare Menschen. Äh, Truppen. Ja, egal. Lad es aus. Lad es einfach aus. Lad es. Ja, super. Du darfst sterben. Ich will nicht. I don't care. Und du baust ein Mikrool. Hier. Und du? Wette. Sonst kannst du nichts. Ah, warte mal. Ah doch, wow. Bete mal dahin. Dann ist das Zeug schnell gebaut. Hm. Ich frag mich, soll ich mal? Ich versuch's mal. Na, was hast du sonst noch? Ah. Also, überhaupt noch jemandem was zu bitten. Okay, werft euch. Yay. Macht sie platt. Genau, werden sie sich nicht regenerieren können, weil ein cooles Mikrool da hinten steht. Warte mal, sie machen sowieso nichts. Ah, cool. Wirklich cool. Ist ja voll geil. Haben sie wieder mal keine... Kommt schon. Jetzt zu. Wir haben gar keine Mittel mehr. Kein Holz, kein Gold, kein nix. Wieso laufst du? Wieso? Ey, Jungs. Wozu steht er da? Oh Gott. Ah, ah. Helfen da hinten mit. Lala la la. Eingucken, damit's lustig ist. Oh, Brian, habt ihr ein Problem? Natürlich habt ihr ein Problem. Habt ihr mal ein Problem? Aber ist ja auch egal. Na, hier hinten. Wunderbar. Wow, das geht ja enorm schnell. Das ist cool. Wobei, die lebt dann auch noch echt gut. Wunderbar. Ey, cool ist auch schon. Die schaffen's sogar. Nachschub. Nachschub, nachschub, nachschub. Ja, jetzt, jetzt, wenn ich da taktisch vorgehe, dann bringt's gar nichts mehr. Ha, ha. Na, wie vor. Na, ist ja auch egal. Da können sich alles zusammenarbeiten. Ist erlaubt. Ja, okay. Die überlebt's auch nicht. Kommt. Wehrt euch. Ist er was Schweren heisst eigentlich? Ich sollte mal nachgucken, was es auf Allägyptisch heisst. Und verständet ihr mich vielleicht? Oder auch nicht. Ist eigentlich irrelevant. So, und jetzt tut's dir weh. Jetzt kommt der Papi. Und macht alles plopp. Ja, er, er. Hey, coole Sache. Hey, hey, hey. Und, ciao. Sehe ich das richtig? Er hat keine Stadtzentren mehr. Ja, find ich cool. Das können wir so glassen. Nein. So. Kommt weiter. Ihr räumt hinten auf, he. Wunderbar. Nex. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, die Sache ist erledigt. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich habe die ganze Woche das Gefühl, da stehen noch riesige Unmengen an Truppen und ich werde noch mindestens zwei Folgen brauchen dafür, aber naja, ist mir recht, wenn er drauf geht. Und wenn er so leicht drauf geht. Ja, er kann weiter aufholen. Ach, sei das sonst für mich zu nutzen. Oh, wunderbar. Wunderbar. Ah, die machen da alles selber. Passend. Hm, okay. und seine Flotte, die nichts bringt. Super, wunderbar. Freut mich. Hat das sonst noch was? Da könnte ich da hinten noch aufholen. Aufholen. Hört machen. Schlapp machen ist lustig. Macht Spass. Ist da hinten noch was? Nein, hat sie nicht. Und wenn, ist doch egal. Also, ich glaube, ich sollte am anderen da hinbringen. Ich schätze jetzt mal. Ja, gute Frage. Das finde ich toll, hm? Ich habe etwas, was ich bedeutet, zu geben, seit du zuerst ran von mir in der Tempel, Kemsit. Ich würde nichts besser als zu verbrechen dein Blut in die Sand, Amanra. Aber ich kann nicht wasst du mit dir. bei dir jetzt. Coward. Your time will come, Amanra. Soon. Feigling. Na ja. Also, für mich war das jetzt ein cooler Wochenendeanfang. Hoffentlich für euch auch. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge, die jetzt in Bord kommen sollte. Also, bis später. Tschüss. Ciao.